Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Age of Empires 2. Wir machen heute direkt die nächste Runde der Achievement-Reihe. Und zwar machen wir nicht nur aller Anfang, indem wir einen KI-Gegner auf dem Schwierigkeitsgrad schwierig oder schwer besiegen. Ja, das sollte die erste, ich sag mal, Herausforderung werden tatsächlich. In Anführungszeichen, weil die anderen drei waren halt, das waren quasi Übungsgegner, so gesehen. Mit Schwer sind wir schon auf einer ganz anderen Stufe. Ich bin überlegen, ob ich zufällig nehme oder nicht, weil es gibt halt doch noch recht viele Völker. Und bin mir nicht sicher. Auch Karte ist ja auch schon entscheidend eigentlich. Aber ich glaube, bei Schwer können wir uns noch erlauben, auf zufällig zu spielen. Ab sehr schwer oder extrem schwer glaube ich nicht mehr. Okay, cool. Wir starten einfach und gucken... Du kannst im Moment keine Internetverbindung mehr stellen. Ja, ich habe auszusehen... Ja, wir haben aktuell ein bisschen Probleme im Internet. Und ich habe auszusehen gerade etwas gesagt mit OK. Und kurz darauf habe ich irgendwann gesagt, cool. Und daraus hört der aus cool, hört der über Google. Und das in Kombination ist der Startbefehl. Und da das nicht funktioniert, wegen Internet, denkt er sich dann so... Oh nee, das geht gerade nicht. Prüf doch mal die Verbindung. Nom 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 nom. Ja, erst mal was trinken, dann starten wir in die schwere Runde rein. Ne, also gönnt euch was. Holt euch was. Holt euch Chips. Ich werde wahrscheinlich verkacken. Oder auch nicht, wer weiß. Schwere Gegner mache ich eigentlich in der Kampagne immer. Also von daher... So, uff geht's. Kein Plan, was ich für ein Volk kriege. Kein Plan, was er spielt. Mal sehen. Perser. Och ja. Okay. Das war okay von der Geschwindigkeit. So. Mhm. Nice. Erst mal die Schaft verkacken. Ich habe direkt das Wildschwein gefunden. Das ist schon mal gut. Nein, Quatsch. Da ist da. So, bitte. Okay, da ist auf jeden Fall schon mal Wald. Das ist gut. So, Perser. Was war Perser noch mal ganz kurz? Beritzenes Volk. Genau, da gehen wir mich wahrscheinlich auf Paladine später, wenn wir es uns leisten können. Ansonsten, Dorfzentrum Hafen haben doppelte Lebenspunkte und Arbeitsgeschwindigkeit ist erhöht um 10%, 15% und 20% jeweils in den verschiedenen Zeiten. Wir haben mehr Holz und Nahrung beim Staat. Was schön ist, ist nämlich ein extra Dorfbewohner und zwei Häuser in dem Fall. Damals war es nur ein Haus. Jetzt sind es zwei Häuser, weil die günstiger geworden sind. Kriegselefant ist zwar nice to have, aber sauteuer. Einheiten der Bogenschützenlinie kosten Holz statt Gold ist die Silberforschung, welche später extrem nice ist, weil man dann den Armbrustschützen als Trash-Unit nutzen kann. Ist schon ziemlich cool. Vor allem, weil die saugünstig sind, also wirklich günstig sind, 25 Holz ist erstmal nichts. Und ich weiß jetzt nicht, ob das Gold dann runtergerechnet wird auf Holz, weil es ja Holz statt Gold ist. Aber selbst dann würden die trotzdem nur 70, ich meine ja, es ist trotzdem 70, aber nur Holz. Was auf Dauer gesehen, gerade bei Trash-Fights später, falls mal irgendwie die Goldmittel auf der Karte ausgehen, doch eine ziemlich starke Trash-Unit ist, weil die halt die Pekingiere übertrieben gut kontern kann und so eventuell sogar Hillebardiere raussnipen kann. Also das kann schon echt ein saugeiler Bonus sein. Ansonsten sind Kriegselefantenstelle, aber weiß ich nicht, ob ich so ein Elefanten-Fan dann bin. Ich bin eher beim T-Bonus und zwei Ritter haben ja Angriffsstärke gegen Schützen, deswegen versuchen wir dann ein bisschen auf Kavallerie zu gehen und machen eventuell ein paar Trash-Units aus Armbrustschützen rein später, falls wir es uns leisten können. So, deswegen werden wir versuchen, diesmal den Gegner nicht krass wegzupuschen, also schon ein bisschen zu nerven, aber nicht wegzupuschen, so wie die letzten drei KIs. Sondern wir werden versuchen, den halt ein bisschen wegzublocken, aber nicht zu extrem und werden uns versuchen, ein bisschen aufzuboomen, ich versuch's zumindest. Ja, ist jetzt erstmal der Plan. Oh, das ist sehr schön. Direkt alle Schafe bekommen, hervorragend. Wunderbar. Da ist unser zweites Gold wahrscheinlich. Die Schafe haben wir schon mal, Beeren haben wir und das Schwein haben wir, das ist auch schon mal sehr nice. Also der Anfang bis jetzt ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wir haben Wasser, okay. Cool, 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 cool. Äh, ne, ein Hafen lohnt sich noch nicht unbedingt. Wir müssen erst ein Holzfellager bauen und so. Da ist auch direkt unser Main Gold, das ist ich schon mal super. So, den schicken wir schon mal einfach Auto erkunden. Kurz vorübergehend. Ich guck später nochmal zu ihm rüber. Hat ja erstmal keine Eile, sag ich mal. Ein Hafen war 150. Das ist, die Frage, macht man das als nächstes? Ja, ne. Wäre schon sinnvoll eigentlich. So, die sind weg, zack. Dann kommen die nächsten Schafe dahin. Und die gehen danach da dran, dann 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 da dran. So, du gehst schon mal das Schwein holen. Ich hätte dich eigentlich auf der anderen Seite rausgehen lassen sollen, aber ist nicht so schlimm. Äh, wir machen mal ganz kurz den hier und dann den hier. Kurz eben. Da sind unsere Reh und da ist unser drittes Gold. Sehr schön. Perfekt. Und zack. Oh, kein Mist. Das waren zu wenig da für Wunder. Sorry. Da hätte ich fast reingeschissen, du. So. Du machst direkt den Hafen, bitte, weil Hafen gibt deutlich mehr Nahrung. Und kannst du nachher auch ein bisschen hier die Dingens... Warte, machen wir den weg. Dahin. Dann kannst du mich danach direkt hier die Fische angeln gehen. Du gehst jetzt zweit ins Schwein holen. Sehr schön. Du gehst jetzt hier dran. Du gehst jetzt ins Holz. Ja, passt. Okay, der Autoscout ist jetzt nicht so effizient, wie ich es gerade gerne hätte, aber ist nicht so schlimm. So, drei, zwei, eins, und rein da. Eins, zwei, raus. Schießen. Killen. Arbeite dran. So, ich war kurz im Eideln, nicht gut. Ist egal. Hat gut funktioniert. Also, ich bin zufrieden mit dem, was da gewesen ist. Ich würde aber einfach mal beim schweren Gegner tatsächlich speichern. Will ich das? Will ich das nicht? Ich weiß es nicht. Den Audiofehler machen wir mal hier weg. Will ich das speichern? Ich würde sagen, wir speichern das ja. Ja. Den Audiofehler lassen wir so auf jeden Fall mal drin. Hier den Einzelnen auf jeden Fall. Und machen jetzt mal hier neun Dingens. Und zwar machen wir hier Achievements. Oder einfach nur Achievement. Weil ich weiß nicht, wie es mit dem schweren Gegner ist, aber da kann es schon passieren, dass wir gut auf die Fresse kriegen. Hier machen wir mal direkt zwei Fischkuder. Äh, da irgendwie hin. So und so. Da bitte hin. Jetzt auch mal Nahrung. Ne Menge Nahrung. Salam. Ach, das scheiß Fischkote hat jetzt ein bisschen gezogen, ne? Ja, ich müsste ein bisschen früher bauen sollen, das ist egal. Ist jetzt gleich fertig. Passt schon. Da haben wir einen großen Fisch. Perfekt. Ich hatte das Schwein vielleicht ein bisschen früh geholt, aber ist nicht so schlimm. Okay, hier sind auf jeden Fall schon seine... Da ist ein Main Gold. Sein zweites Gold. Passt. Ulufe Jam-Kon. Ulufe Jam-Kurum. Ulufe Jam-Kon. So. Ulufe Jam-Kon. Ulufe Jam-Kon. Einen machen wir noch. Ulufe Jam-Kon. Ulufe Jam-Kon. Siekar-Chi. Okay, es hat auf jeden Fall nicht gereicht, um jetzt da Dings hoch zu gehen. Zeit. Ist ja auch nicht so schlimm. Machen wir noch einen Dörferwunder. Und hier nochmal auf jeden Fall Fischkutter. Okay, warte. Das müsste reichen auf jeden Fall. Zack. Das passt. Du machst hier oben bitte zu. Machst dann den hier. Das passt. Wir machen noch ein paar mehr Fischkutter. Am besten mindestens fünf. Der sammelt weiter Fisch. Das ist gut. Übrigens auch nice info für euch. Dörferwunder können Sachen abgeben beim Hafen. Solange es zumindest Fisch ist. Also schon ziemlich gut. Sollte man auch eigentlich mal ab und zu mal nutzen. Hier wäre eine Reliquie hinten. Auch nett. Das ist schlecht. Bin ich ehrlich. Zwei von euch gehen aber schon mal ins Gold. Und zwar... Da sitzen wir so hin. Passt schon. So, die ersten drei machen das... Nee, das da und dann das da. Ihr macht das da und dann das da. Und ihr macht danach noch den hier. So ist gut. So, ihr geht auf jeden Fall zurück. Und geht da mit helfen. Hier übrigens auch. Und machen wir eine Kaserne und machen wir keine Kaserne. Ich weiß es nicht. Ich würde lieber erst was anderes machen. Und zwar direkt, ähm... Ich weiß es gar nicht, was ich bauen möchte, wenn ich ehrlich bin. Wir machen auf jeden Fall eine Schmiede schon mal. Das ist auf jeden Fall wichtig. Nee, wir setzen hier mal an Holz. Holz ist gerade sehr wichtig. Oh, ein Schneedeopard. Nett. Wobei, machen wir den nicht. Machen wir lieber die Schubkarre. Äh, direkt eine doppelschneidige Axt hätte ich fast vergessen. Und wir müssen gleich auf Felder umsteigen. Und da wird es jetzt gleich sehr viel Holz kosten. Aber ist egal. Äh, Haus brauche ich jetzt gerade noch nicht unbedingt. Wir machen trotzdem mal eins hier rein. Sicherheitshalber. Ähm. Ja, was für eine Truppe mache ich jetzt am Anfang? Weil der wird auf jeden Fall safe angreifen, der Schwere. Ähm, deswegen ist die Frage, gehe ich da jetzt selber auch direkt auf... Ich würde am liebsten, glaube ich, gerne einen Speer-Trupp hinstellen. Aber es ist sehr viel Nahrung. Aber die hätte ich auch eigentlich. Weißt du, was wir machen? Ah, nee. Nein, nein, nee. Die du ist in deinem Holz. Das macht sonst keinen Sinn. Sehr belastend. Ja, die Fischkoter sind halt schon sehr teuer. Muss man leider zugeben. Aber sind auch sehr hilfreich. Ahri. 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 Zack. Zack und Zack. Nikonam. Die geht immer wieder ganz kurz mit da dran. Danach kommt ihr hier runter. Und die anderen drei... Ahmaden. Ahmaden. ...machen danach... ...kommt erstmal hier runter. Einfach gelaufen. So, zwei mehr davon. Wir machen hier schon mal den und den. Haben wir schon mal schon geforscht. Du machst schon mal... Äh... Äh... Mikonam. Ja, nee, keine Ahnung. Muss ich ja bauen, sonst geht das ja alles gar nicht. Wie ich auch selber drauf kommen kann. Den hier bitte. Noch ein Fischkutter. Auch wichtig. Amade. So, du willst weiter angeln, bitte. Zack. Ari. Ari. Meemar. Zack und jetzt fangen wir mal mit Feldern, weil jetzt haben wir die Forschung drin. Dann geht das alles auch. Dann sparen wir uns definitiv ein bisschen... Ressourcen, sag ich mal. Wir sind schon fertig. Das ist ja stark. Meemar. Salam. Meemar. So. Und so. Dann haben wir das schon mal alles durch. Perfekt. Äh... Wir machen mal noch zwei davon. So, bitte. Er ist in der Feudalzeit. Er ist auf jeden Fall sehr langsam im Vergleich zu mir. Das ist gut. Ich würde am besten gerne irgendwie einen Stall vorne haben, aber irgendwie sind wir echt gut eingemaut von Bäumen. Also, kartentechnisch echt optimal eigentlich. Ich mache mal kurz ein Haus dahin. Und danach einen Stall. Da hin. Wir machen nochmal ganz kurz zwei weitere Dorfbewohner. Und gehen dann... Hm, ja. Ich würde sagen, wir können das mit den Augen sammeln. Meemar. Ari. Meemar. So. Ansonsten machen wir auf jeden Fall trotzdem zur Verteidigung schon mal so vier davon. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. Oder drei reichen sogar schon. Weil man weiß ja nie. Und da der gerade ziemlich langsam ist, im Vergleich zu uns, würde ich sogar noch weiter boomen, bevor wir jetzt irgendwie... Na? Huch, der ist weg. Oh, die haben das weggenommen, die Fischgutter. Stark. So. Zack. Und... Zack. Ich möchte mich jetzt gerne in die nächste Zeit gehen direkt. Dann haben wir mich einen riesen Vorteil gegen den und können direkt dritter machen. Das hier letztendlich ist so mein Ziel, was ich gerne hätte. So, bitte einmal da unten hin. Und dann patrouillieren wir hier auch ein bisschen hin und her. Nur so ein bisschen schwitzen kurz, weißt du? Dann machen wir gleich ein neues Dorfzentrum und alles und dann ist gut. So, außerdem würde ich gerne kurz, äh, dich mitnehmen. Du machst jetzt mal bitte einen Marktplatz. Ne, Ma. Du kommst kurz her. Machst kurz da oben dicht. Und dann machst du... Das geht schon. Machen wir so dicht, dass er hier geschlossen ist. Ach, lol. Ich bin ja so dumm. Ich hätte die Karte mal angucken sollen, lol. Wir machen da dicht. Das ist nämlich Quatsch hier. Ich mach mal ganz das alles weg. Das war nur so halb überlegt, sorry. Ich hab die Karte nicht angeguckt. So, jetzt wird's mich interessant. Das nächste Dorfzentrum setzen wir auf jeden Fall gleich. Ich würde es eigentlich gerne hier hinsetzen, weil da Gold ist und direkt hier noch eine schöne freie Fläche. Der ist in der Ritterzeit. Also er hat in der Ritterzeit Pushing gelegt. Das ist unangenehm, bin ich ehrlich. Geht aber trotzdem. Ja, komm. So, du machst direkt das hier für Reliquien. Ihr macht da ein zweites Dorfzentrum. Das da läuft. Machen wir nach den Handkarren. Und dann machen wir jetzt hier erstmal den hier. Und den hier, weil wichtig. Und machen direkt Ritter. Auf geht's. Am besten müsste man eigentlich auch hier die anderen Sachen forschen. Vor allem sowas hier. Aber das geht gerade noch. Jetzt machen wir halt sehr viel Nahrung. So, wir müssen jetzt auch hier ein bisschen umswitchen. Geht das leider nicht anders? So, direkt die Reliquie snacken oben. Wir speichern mal ganz kurz. Ah, das Schwere geht dann, damit man direkt, dass er schneller ist. Auf jeden Fall. Der ist jetzt schon zeitlich gesehen gut dabei. Sag ich mal. So, wenn ihr damit fertig seid, dann könnt ihr an Stein gehen. Ich weiß es, ich glaube nicht. Ja, doch. Gebt mal das safe Stein. So, wobei. Ne, warte. Wir machen einen davon weg, weil dann noch einmal die Produktionsdinge davon. Angriff, ich würde lieber eher Verteidigung haben, tatsächlich. So, einsammeln, zurückbringen. Einsammeln, zurückbringen. Mehr sehe ich gerade tatsächlich nicht. Die sind irgendwie bei ihm, die zwei. Aber die fünfte sehe ich nicht. Ist auch egal. So, da bitte dran. Oh, der ist ausgelaufen, doll. Wann ist das denn passiert? Schwierig. So, zack. Und auch hier bitte. Zack. So, sobald ich zwei Retter habe, gehen die mal gleich ein bisschen in den Kampf über. Nur ein Stück. Immer schön durchlaufen lassen hier. So, zack. Erstmal auf jeden Fall mehr davon. Auf Holz kann ich gerade kurz verzichten. Jetzt sind die Momente nicht so wichtig. Oh, scheiße. Ich habe Holz noch vergessen. Klar kein Problem. So, zack. Ihr seid die Eins. Ihr geht bitte mit rüber. Wir gehen jetzt ein bisschen sein Gold hier rechts nerven, weil hier sind viele Ressourcen. Die müssen wir jetzt irgendwie ein bisschen zumindest abfacken. Äh. So und so. Hier geht es auf jeden Fall mit an Holz. Perfekt. Mit einem Stein. Vier müssten reichen. Auch noch ein Feld. Sehr gut. Dann können wir mal gleich das hier forschen. Einfach mal, wenn es geht. Okay, er macht auch Ritter. Interessant. Ich habe da noch nicht die zweite Forschung drin. Okay. Er hat ein paar mehr Ritter. Aber ich habe 2 zu 1 getradet. Das ist in Ordnung. Das ist sogar sehr gut. So, 1000 Holz haben wir. Ich muss mal ganz kurz gucken, dass wir ein bisschen was Neues machen. Ähm. Machen wir am besten noch einen Stall. Den setzen wir mal in eine bessere Position irgendwie. Hier so. So, mehr Angriffe auf jeden Fall gleich. Okay. Auf jeden Fall sehr interessant, was da so passiert irgendwie, ne? Dass der Gegner halt auch so auf Ritter geht. Und dann auch so viele. Krass. Hätte ich ihm nicht gegeben. Äh. Ach lol, da ist er. Hätte ich ihn nicht gesehen, ne? Dann habe ich hier 3. Ori. Angenehm. Sahi. Sehr, sehr schön. Ori. So. Mehr Ritter. Mit 5 Stück können wir versuchen, nochmal angreifen zu gehen. Der hat ein Dorfzentrum dahin geklatscht. Und dann Turm. Dann sollten wir versuchen... Ich möchte gerne mal unten rumrotieren. Vielleicht ist da ja was. Weil hier ist Gold und Stein. Das können wir auch abcampen. Oder die Reliquie sogar. Und da hinten die anderen Golddinger auch. Also eigentlich ziemlich nice. Ich habe die Häuser vergessen. Ich bin schon wieder gehaust. Nice. Starke Sache. Äh. Ich gehe mal ganz kurz zum Hafen. Wir müssen eigentlich das auch forschen. Ich spaß mir aber, solange er das nicht irgendwie macht. Ari. Meemar. Sahi. Hä, ist die dumm? Salam. Amade. Meemar. 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 Hä? Irgendwas ist hier falsch gelaufen. Egal. Da fehlt auch ein Feld irgendwie. Salam. Meemar. Chukur. Meemar. Ari. So, wir haben jetzt... Eigentlich langsam die Möglichkeit, in die nächste Zeit zu gehen. Wir brauchen aber trotzdem noch ein bisschen mehr Nahrung. Und vor allem mal langsam Gebäude. Ich würde mal ganz kurz, ähm, eine Uni noch bauen. Meemar. 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 Salam. Chukur. So. Salam. Meemar. Meemar. Zack. Farmon. Machen wir noch einen, weil bis dieses Dings fertig ist, müssen wir ganz kurz eben noch Nahrung sammeln. Machen wir ganz kurz keinen Dörferwohner. Ihr geht weiter vor. Und ich speichere schon mal. Weil wenn wir dann auf Paladine gehen, dann ist er quasi am Arsch. So. Salam. Mikonam. Du gehst mal ganz kurz da unten hin. Ari. Komplett darunter. Mikonam. Imperialzeit. Weitere, darf ich wohl noch klatschen hier. Auf geht's. Immer rausballern damit. Ari. Äh. Meemar. Zack. Die Reliquie hat er sich noch nicht geholt. Das ist interessant. Gib mir aber definitiv die Möglichkeit, sie für mich zu holen. Zack. Okay, soll das jetzt ein Angriff von ihm sein? Wenn ja, steppt er. Aber ist wahrscheinlich eh der Scout. Ich verteidige mal hier kurz die Reliquie. Sieht aber gut aus. Okay. Dann machen wir... ...ne Burg auf jeden Fall, wofür ich die vergesse. Und zwar hierhin. Es ist zwar jetzt nicht ganz so geil, weil die nichts deckt irgendwie. Hier wäre schon fast schöner wegen dem Stein. Ähm, ich setze die auch noch oben hin. Weil hier wäre halt zwar die Hauptbasis gewesen, aber da oben ist halt Stein und Gold. Ich hätte auch aggressiv setzen können, aber ich wüsste jetzt ja gerade nicht, wo ich das perfekt setzen kann, außer hier unten. Und da finde ich die halt irgendwie zu weit weg. Weiß ich mein. So, ich hätte trotzdem gerne hier ein bisschen Sicht. Oh, er will was bauen hier. Interessante Sache. Ari, Mekonam, Mekonam. Zack. Ari, Sahi. So, dann gehen wir jetzt von hier hinten hin. Ari. Und machen mal so eine kleine Wachenspiele da hin. So, direkt in den Gold hier oben. Äh, Stein. Nee, doch Gold, mein Gott. So, die Relique haben wir gleich. Zack. Dann können wir schon mal hingehen, bevor ich das jetzt vergesse, und mal mehr Ritter machen. So, der bitte nicht, der macht erstmal Dingenszieher, hab ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Hab ich jetzt ein bisschen zu lang gebraucht, ich hätte mehr Ritter produzieren sollen. Ist doch nicht so schlimm, wir haben eh kaum Nahrung. Also passt alles. Hat sich quasi wieder ausgeglichen. Die machen wir mal nicht, die Forschung, weil die ist halt echt, eigentlich useless. Wenn man ganz ehrlich ist. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt schlecht. Mach zu. Eigentlich ein Teil war überhaupt nicht worth, irgendwie, ne? Das war eigentlich richtig scheiß. Wenn man ganz ehrlich ist, war es ziemlich Müll. Naja, ist auch scheißegal. Ich würde mir doch verwundern, aber eigentlich ein Teil sinnlos. Oh, lol. Was geht mit dem ab? So, bitte mal den killen. Da kommt noch einer. Jetzt angreifen. Aber die Relikie haben wir gekriegt. Er moonwalkt erstmal zu seinem kleinen Freuden-Dings hier. Oh, da wurde vergessen. Nein, nicht schon wieder. Das passiert mir immer wieder. So, geh weiter scouten. So, Wehrpflicht. Burgen verbessern. Den töten. Forschung haben wir. Wir machen noch Fiederung für die Burg. Paladin ist halt sauteuer, ne? Ja, wo mache ich jetzt noch mehr Felder hin? Quetschen halt, ne? Ja, eins geht noch. So. Huch, was ist denn da los? Hab ich vergessen, rauszuholen, ne? Okay, okay, okay. Dann müssen wir uns halt eine kleine Masse ansammeln. Ich gehe jetzt mal nicht weiter nerven, bevor ich nicht irgendwie ein paar Dings zusammen habe. Dann machen wir noch zwei Triburke dazu, dann passt das auch hier alles. So, du machst bitte da kurz ein Haus, da kurz ein Haus, da, da und da. Dann gehst du hier hin und machst dann auch ein Feld. So, wir sind so einzeln. Zack, da geht es ein bisschen schneller hier. Nachbar fällt der Wirtschaft eigentlich nicht gerne, weil die ist eigentlich super sinnlos, wenn man ganz ehrlich ist. Dann sparen wir ganz kurz auf den Paladin, weil ich habe jetzt 20 zugegen wäre, falls was passieren sollte. Ich weiß nicht wie, aber da sind irgendwie ein paar Leute durchgelaufen. Ist das irgendwie eine Lücke? Ach ja, das ist ja freundlich. Cool, oh ja, dann legt es sich einfach hier, Goldhacken ist auf jeden Fall nice. Scheiße. Ja, egal. Ähm, ja doch, ein paar Dorfowunder gehen noch. Der macht erst mal vier. Äh, fünf. Ja, geht schon. So, Dorfowunder, das Trib. Perfekt, dann haben wir wieder ab. Ist das in Ernst? Ja, Helibertierer habe ich erwartet, ehrlich gesagt. Ich möchte bis jetzt nach oben gehen, auf will ich noch einen Hit kassier. Aber da kann die Burg mithelfen. So, Angriff. Kurze Mönch. So, Perfekt. Perfekt. Sehr gut, Paladine und noch mehr. Ich habe jetzt natürlich mal die ganzen Reiter verloren, was ein bisschen ärgerlich ist. Aber, das geht schon. Ich habe jetzt sehr viele Helibertierer gemacht, was echt nervig ist. Äh, ne, nicht das. Oder weißt du was? Ich nehme einfach mal ganz kurz die ganzen Felder weiter. Mach da noch eine Burg hin. Da oben bitte hin. Der repariert die sogar. Ja, lol. Ne, mach nicht den. Ich habe viel zu viel Holz, aber es ist egal. Ich habe nicht einen Plan. Jetzt habe ich mal ausnahmsweise zu viel Holz gemacht. Äh. Okay, okay, okay. Alles klar. Oh, lol. Äh, ja. Alles, ob es so wild. Nicht jetzt, schon wieder. So, zack, passt. Äh, zack. Zack. Was? Was? Ja, das war natürlich richtig smart. Hä? Ich habe die Forschung vergessen. Äh. Das ist dumm. Ganz problematisch gerade. Das ist schwierig. Okay. Auf jeden Fall stressig. Ich habe auch viel, viel, viel zu viel Holz. Ich müsste es eigentlich mal echt verkaufen. Aber so ganz nebenbei. Ich habe auch viel, viel zu viel. Mal mehr davon. So, ich gehe nur kurz ver- Dingsen! Sooo! Okay, er ist auf jeden Fall deutlich stärker als der letzte. Oder ich hab ihn einfach zu lange groß werden lassen, egal wie. Nicht schlecht. So? So? Habe ich den über Dierer bestimmt, oder? Ja, hätte ich. Machen wir auch. Wir haben Aster auf jeden Fall. So. Armbruchsschütze. Baumring brauchen wir auch gleich. Oh mein Gott. Zack, zack. Zack und zack. Auri. Am Le. Salam. Nikuna. Auri. Meme. 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 So, unsere Master sammelt sich der Fünfe an, sehr schön. Okay, er macht auf jeden Fall Galleon, aber er lässt meine Schiffe in Ruhe, das ist eigentlich ganz nice. Äh, ich bin überlegen, ob ich einfach Schiffe komplett ignoriere, weil ich ihn ja gleich auf Land wegpusche. Ne, das ist, das ist dumm. So, ne, sind wir auf der Fünfe. Hab ich jetzt die geforscht? Oh mein Gott! Das war smart auf jeden Fall. So. Daumenring. Ach nee, warte. Gott. Noch kosten die ja Gold. Total dumm. Drei neue Dorfbewohner bitte da dran. Ich hoffe vor allem ja Gold gerade. Mikonam, Mikonam. Nein, bin ich denn dumm, Alter, ich hab das schon wieder vergessen. Äh. Ja, das ist halt das, was ich meine, wenn man halt nicht aufpasst. Ich hab verliere jetzt gerade mich die ganze Zeit Map-Control. Eigentlich ziemlich mies. Ja, mach mich kaputt, ist mir egal. So, ist fein. Das ist nicht im Ernst. Starker Dings auf jeden Fall. Machen wir mal ganz jetzt zu hier. Machen wir mal ganz langsam. Um uns das Stein zu sichern. Und so unten das Gold vor allem. Golddings schneller machen. So, Stein. Machen wir mal. Machen wir mal. Der macht dann nur Pikiniere, ne? Äh, Helebadiere. Krass. Echt jetzt? Echt jetzt? Das ist ja ungünstig. Bin ehrlich, das war jetzt ein super dummes Timing auf jeden Fall. So, haben wir auf jeden Fall schon mal 10. Für den Trash gleich. Dass er natürlich nur Helebadiere macht, mich zu kontern. Das ist natürlich jetzt einfach ungünstig. Kann man nicht anders sagen. Nein, nicht piksen lassen. Nicht piksen lassen. Ja, das war halt dumm. Okay. Lekomio. So. 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 Ist auch einfach ein bisschen dumm gelaufen, wenn ich ganz ehrlich bin mit den Häusern. Ich muss auf jeden Fall... Nein! Ach du Scheiße! Wie viel schickt der denn bitte? Ich will den nicht von Helibadieren sterben lassen. Der schickt den nur Helibadieren, lol! Ich hätte einfach auch Schwertkämpfer gehen sollen. Ich bin in der Mast, müsste ich da trotzdem noch gut Damage machen können. Aber ich werde halt super viele Einheiten so verlieren. Boah, ist das dumm. Ja, aber viel zu viele Ressourcen. Eigentlich müsste ich den vollen Weg machen können. Alter, diese Felder, ne? Die Mast ist halt einfach ein bisschen viel. So. So. Und so. So. Are you fucking serious, mate? So. Auf jeden Fall geht ihr jetzt da hin. Ihr macht den jetzt hier. So, bitte. Mitkommen. Anraben. Zurück bleiben. Erstmal rein. Dann halt noch den Konter nutzen. Vielleicht klappt das ja. Wenn ich mich mit schicken. Reparieren gehen. Reparieren gehen. Wie Schiffe kämpfen ist ein bisschen sinnlos, Jungs. Aber danke. So. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Du machst den da. Und du gehst... Oh, leu. Guten Tag. Alles klar. Einen da. Verstehen die den willkommen noch. Perfekt. Dann haben wir wieder über 30. Sehr schön. Ballistik Chemie noch erforschen für die. Das da machen. Sehr gut. Und schon sind seine Helipadiere irrelevant. Ich habe so viele Ressourcen auf Bank gehabt. Und ich habe wieder viel zu da gewartet. Und ich bin da. Wo wollt ihr denn hin? So. Und ich bin da noch Soft-Zentrum. Dahin. Ja, warte. Oh, ich kann das gar nicht. Uff, was für eine Katastrophe. Ich habe 40 dadurch verloren. Schwierige Angelegenheit. So. Machen wir nochmal ganzes Ein-Bad-Vorn rein hier. Haben ja Armbrust-Schützen. Die müssen 60 kosten. Also alles easy. Nice. Da ist ein verkackter Mönch. Bringt die Lung. Bringt kein Wichser. So, ruhig müssen Raiding gehen bei dir, Freunde. Ah, 7 HP ist auf jeden Fall stark. Ich weiß nicht, warum ihr noch immer so weiter hinten seid. Aber ihr könnt ruhig vorrücken. Ey, der botzt mir da ganz schön krass auf, ne? Das habe ich hier nicht gegeben. Ich glaube, ihr baut ein Holzfettlager in meine Base rein. Danke. Was machst du da? Lol. Äh. So. Perfekt gewonnen. Ja, okay. War auf jeden Fall mal ein bisschen schwieriger. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen deutlich anders gewesen, als ich erwartet habe. Als er zusammen mit Telepardieren kommt, ausschließlich, hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Vor allem, ich habe mit den Ressourcen, ich habe viel zu wenig gemacht irgendwie. Egal, ich sage ja, dafür ist das ja auch gut, das zu üben. Ja, aber einen schweren Gegner haben wir besiegt. Beim nächsten Mal kommt dann der sehr schwere Gegner. Ich bin mal gespannt, ob wir den überhaupt schaffen. Also, ich bin guter Dinge, aber mal sehen. Aber da muss ich auf jeden Fall ein Volk nehmen, wo ich mir dann sicher bin, dass ich das recht gut hinkriege, denke ich mal. Hoffe ich zumindest. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. - Bis zum nächsten Mal.